Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf PharmaRamaCrew, heute zum Event-Fazit von der großen Verfolgungsjagd, der Ausgabe Nummer 5. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Was musste man machen? Man musste einmal die Event-Pflanze Puderquastensstrauch anpflanzen, außerdem gab es noch einen Druck bei Tim, nämlich den Ruß. Und mit dem Ruß hat man dann das Detektiv-Werkzeug herstellen können, mit dem man dann das Mini-Spiel spielen konnte. Wir sehen ja, ich habe jetzt aktuell 72 Runden gespielt, bei 70 Runden hat man die Ranke bekommen, dann hat man natürlich davor noch die Items bekommen, aber auch noch ein Haufen anderer Nebenbelohnungen, wie zum Beispiel hier Erntehelfer-Kopper, dann hier Farmtaler. Hier oben gab es dann auf der rechten Seite, je besser man im Mini-Spiel war, dann auch noch ein paar Nebenbelohnungen, von Superdünger bis Superfutter, dann Farmtaler, dann natürlich noch Saisonpunkte. Einige coole, coole, coole Sachen, dass das Inventar natürlich wieder voll macht und natürlich auch einiges an EP Moos Penny. Ja, hier bin ich auf jeden Fall mittlerweile auch schon relativ weit. Bin ich jetzt bei Aufgabe 88. Hier sehe ich, hier bei 90 bekomme ich noch mein Item doppelt. Ja, was musste man denn machen? Man musste wieder Gegenstände finden. Hier unten sieht man die aktuellen, was es aktuell gibt. Wechselt natürlich jeden Tag, geht immer ein Bild weg und ein Bild kommt, aber das kennt ihr wahrscheinlich schon von den letzten Ausgaben. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall mal den Eventsticker an. Das sind auf jeden Fall noch die verkehrten. Der Richtige ist das hier, große Verfolgungsjagd. Ausgabe 5, wie ich vorhin schon erwähnt habe, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall gleich mal rüber zur Ranked, die ich mir gerade eben freigeschaltet habe. Geben wir natürlich, müssen wir noch eingeben, große. So, hier sehen wir auf jeden Fall, sind schon mal alle 5 zusammen. Hier 1, glaube ich, das ist die erste Ausgabe. Dann hier die zweite. Also, ich habe auf jeden Fall jeder mitgemacht. Hier ist die dritte, hier ist die vierte und hier haben wir auf jeden Fall die fünfte. Die einen Bonus von 100% EP für 6 Stunden gibt und eine Smaragd-Bock zusätzlich. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. 100% mehr Bonus ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich sehe, mir fehlt auf jeden Fall noch ein Item. Nämlich das hier, das ich, glaube ich, bei der 88. Aufgabe kriege, nämlich Laubschreck. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob ich das noch nicht bekomme. Ach, bei Aufgabe 94 bekomme ich das erst. Also, ich habe es noch nicht ganz. Ja, ein Freundchen, das gab es doch schon mal bei einem anderen Event. Ja, genau, das gibt es gar nicht bei dem Event. Ja, da muss ich noch ein bisschen spielen. Ich hoffe, das packe ich noch. 94. Aufgabe. Aber, ja, ich habe es schon, aber irgendwo anders da steht. Oh, komisch. Dann habe ich das Item wahrscheinlich versehentlich irgendwo anders da schon rausgestellt, vielleicht hier. Ah, da steht sogar Laubschreck. Habe ich einfach falsche Wiese rausgestellt. Ist natürlich nicht so optimal. Ja, dann gehen wir auf jeden Fall gleich mal rüber. Der Leuchtturm finde ich auf jeden Fall auch eine mega coole Wiese. Verfolgungsjagd. Da haben wir es ja. Dann können wir es auch bestücken. Habe ich jetzt einfach auf eine falsche Wiese getan. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ranke. Gefällt mir auch optisch sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall gleich mal wieder rüber ins Event. Und wir werten das Event im Eventaufbau 10 Punkte. Dann Eventdesign 10 Punkte. War auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Eventsticker 7 Punkte. Laubschreck 7 Punkte. Dann Rosteimer 7 Punkte. Möhrenmysterium 7 Punkte. Also all den Items gebe ich eine 7 plus den Eventsticker. Sind auf jeden Fall gute Items. Aber er ist auch nicht die überüberragenden vom Optischen. Deswegen 7 Punkte. Wunderland geht dagegen. 10 Punkte wegen den 100%. Und Nebenbelohnungen gab es ja auch richtig gute. Deswegen 9 Punkte. Auf 67 Punkten kommen wir auf eine solide 2. Ja, das Event hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare da lassen. Dann, wie ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao. Dann, wie wir uns hoffentlich beim nächsten Video wiedersehen.